Keinen Bartwuchs. Der kommt einfach nicht. Hashtag oldface. Hübscher Mann. Erkennst du den, JJ? Schwierig, aber ein bisschen, ja. Gib's mal rüber. Und wer könnte das sein? Keinen Bartwuchs. Der kommt einfach nicht. Der Bartwuchs kommt nicht mehr? Auch bis dahin nicht? Nee, ich denke nicht. Der kommt nicht. Hast du dir abgeschenkt? Ja. Was meint ihr so, was bis dahin, wenn ihr, also es sollt ihr sein, in Eid, was bis dahin passiert ist? Was habt ihr alles erlebt? Ich denke mal hoffentlich eine verletzungsfreie und einfach erfolgreiche Karriere. Viele Meisterschaften hoffentlich und auf jeden Fall eine Menge Spaß, denke ich. Dann am Ende vielleicht nochmal ein paar Jährchen hobbymäßig ausklingen lassen. Und dann hoffentlich viel Erfahrung in der Zeit sammeln. Was macht ihr, wenn ihr so alt seid? Was macht der Typ in dem Alter? Wahrscheinlich einfach ein bisschen relaxen. Chillen. Chillen, relaxen. Vielleicht mal neu ins Gym gehen oder so. Ein bisschen fit halten, aber einfach Leben ausdrehen. Damit er ein bisschen flexen kann nachhin und wieder. Jetzt kommen ja viele junge, gute Spieler nach, so wie ihr. Wie schaut es da ums deutsche Eishockey aus? Kann man Medaillen mitspielen? Oder schimpft man immer noch über die gleichen Sachen? Ich hoffe, dass wir bis dahin mal einige Medaillen bei Weltmeisterschaften geholt haben und noch mehr deutsche Spieler in der NHL spielen. Ich denke auch, dadurch, dass jetzt immer mehr junge Spieler einfach kommen, denke ich auch, dass Deutschland auch dann irgendwann mal bei den Top-Nationen mitspielen kann. Dann hoffe ich, dass ihr mit dabei seid und dass ihr eine wunderschöne Karriere habt. Danke. Danke.